So Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Shovelight, Shovelight, Shovelight So, gucken wir mal, lassen wir das Ding ganz kurz einmal Ja, einmal Feuer speilen und dann sind wir hier, kommen wir hier vielleicht wieder hoch zu dem Monster Achso, wir können natürlich auch auf den Dingern rumjumpen, ne? Das ginge natürlich auch, ähm, ich hab die immer nur dafür genommen, dass man, dass sie mich zwar walzen, aber ist nicht, die können einem auch helfen, helfen Ja, jetzt kommen wir rum, Magiern Auf geht's Mit weh und ja, obwohl es geht eigentlich, es geht Das kann ich aber auch, guck mal hier Ach, scheiße Patsch Patsch, patsch Naja, minimaler Schaden macht das Ding, wollte ich mal sagen Genauso viel wie halt der Schaufelschlag Oh, Mampfen, danke Danke, danke fürs Wampfen Bäm, und jetzt, ah ja, die Objekte bringen echt eine ganze Menge wieder, also da sollte man vielleicht doch öfters mal was benutzen Okay, da unten geht's, hm, doch, da ging's weiter Na, gute Frage, wo gehe ich jetzt lang? Wo gehe ich jetzt lang? Hm, gebe erstmal hier lang Obwohl hier ist ein Speicher den ganzen Das heißt, hier könnte was sein Aber da oben geht's auch noch lang, siehste Wir gehen mal hier unten lang Ich denke mal, wir kommen von der anderen Seite hier wieder hinter Da oben lang und dann, ja Na Sollte wir nix verpassen Aber der lebt eigentlich nicht, ne Ich kann den Kopf abschlagen Und ich bin so doof Ich bin richtig doof Eigentlich soll ich mich schlagen dafür Oh, bist du doof? Ey, Mann, bist du doof Alle Dinger kommen wir nicht wieder, oder? Ne, ne Das war echt doof gewesen Vielleicht kommen wir mal Mal gucken Ne Mann, bist du doof, weißt du? Ich sag noch, komm, geh mal dahinter Was noch nicht machen? Alle Kisten kaputt, ohne zu überlegen Oh, ärgerlich, ärgerlich Vielleicht war da oben ne Notenblatt Ne, das würde ich nicht nochmal machen Ist egal jetzt Ist egal jetzt Who cares? Wow Alter, wirklich krall, ja, war klar Du Mistvieh Er hat immer gut Schaden gemacht, der Greife Kann man zweimal treffen Das ist kein Thema Und das ist ja down Weg mit dir, du Rats, du Mistvieh 23 Objekte, aber wieder sehr schön Okay, das kann man so besiegen Obwohl, die von unten sind gefährlich Fatsch, weg mit dir Okay, ich habe auf jeden Fall auch eine ganze Menge Objekte wieder Also das ist nicht so das Ding Ja, wieder was zu futtern Oder, ja, wunderbar, ein Apfel Ein Apfel Guck mal her Immer schön herkommt So, darum geht's Ah, darum wäre es auch wieder langgegangen Ah, ich bin so ein Idiot, ey Oh Gibt's noch mehr Ich bin so ein Trottel, bin ich, äh, wirklich Okay, da geht's nicht mehr hoch Heißt also einmal weg, immer weg So, hier Zack Her damit Oh man, seid ihr doof Ah, da ist was, okay Oh, die Banner sind gemein, ich sehe kaum was jedes Mal dahinter Richtig gemein Hör auf damit Verdammt Verdammt Oh, noch Oh, das ist noch ein Kruppbatzen Quatsch Hi, damit Ja, damit Ich weiß auch nicht, warum da gerade das aufging Also Ich habe immer alles angegriffen Da war bestimmt noch ein paar mehr Münzen, halt Oh, eine Tür, eine Tür, eine Tür Ehhh Kommt aber gar nicht hin Du machst mir hier lang Ich weiß nicht, wenn ich den Köpfen machen kann, aber weiß nicht, man kann sie rumballern Gut Das ist ein nächstes Notenblatt Sehr nice Ah, sehr schön, wunderbar, nächstes Notenblatt Weiß gar nicht, ob da hinten, oh, das ist noch eine Münze Cool, leben wir gleich mal mit Nein, 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 nicht verschwinden Und, na, fuck Okay, mal gucken, gucken, ob es hier links noch lang geht Vielleicht kann ja sein, dass hier noch was Aufzug kaputt machen ist Ach, scheiße Ich verpasse so viele Secrets eigentlich, aber was ist mit dem Buch los? Ich habe keine Ahnung Ich meine, ich komme da ja nicht ran, irgendwie, oder? Ach, sieht so aus, ob es das... Ah Ah Ah, okay I understand Haha, weg Nö, will ich? Will ich eigentlich, doch, ich muss ja Ach, du scheiße Erstmal unsere ganze Zeit, die Münzen Wunderbar, gerade noch zu bekommen Boah, wie gemeint ist das denn, äh Oh Gott, ich dachte, der Jump weiter Aber es tut ja auf den Dings anscheinend, ich hol's dir zurück, 300... Ja, ein bisschen, ein bisschen money Okay, ist alles weg, ne? Ja Alles weg Ja, das ist so los gewesen Ah, hier ist auch vorhin auch hochgejumpt, oder? Ne, ist ja nicht, Tatsache Gut, dann war's mal ein Fehler Ja, das ist doch doof gewesen Aber ich will erstmal die Gegner da hinten, habe ich gesehen Da sind Gegner Naja, warte mal Wenn doch ein bisschen zu riskier Man muss eigentlich die Gegner besiegen vorher Guck mal hier Guck mal hier Guck mal hier Oh mein Gott, doch Alter Hahaha So viel Feuer 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 Oh nein, da ist doch ein Feuer Das ist, was dieeszicht kann man überlassen vielleicht brauchen wir später noch money 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 so links gab es nichts noch ein greif wo schießt er lang okay das gemein da kann ich stehen bleiben vorne muss ich mal okay muss so wie beim letzten auch dreimal können treffen wenn ich treffen würde als auch kein boss hat so ein kleiner mini boss so ein kleiner süßer greif ist das kaputt kaputt und das ersetzte jetzt geht es zum boss gegner denke ich mal und ja da ist er king knight ein eindringen ist unter uns sind fort aus unserem thronsaal bube ich bin nicht weniger ein eindringen als du du bist nicht mal ein richtiger könig da hörst du dich aber die verzauberin hat mein königliches ich erkannt und nun beugen alle das haupt du bist nichts als ein dekan dekadenter denn denn die doch jetzt soll die gerechtigkeit widerfahren die gerechtigkeit der schaufel ruhe auf geht's jetzt hat er noch auf mich zu weißt du dass das ätzende daran das bonbons für mich oder schaden die mir weiß gar nicht immer hier mein bonbon wow der war gemein das ist überall rüber jump ist richtig gemein und da ist dann gib mir die krone gib mir die krone nicht laufen die saudietaum 500 gott ja gut zweieinhalb leben verloren ist okay der war schon gemein also der hat anfangs ziemlich schnell reagiert aber muss erst mal die gene herausfinden oder die taktiken herausfinden bevor man da was machen kann weil er träumt wieder ein ründchen wird schon wieder vom schild knight ja er geht ab ins reich der träume auch schon wieder direkt morgen also nichts passiert die nacht haben unsere objekte bekommen alle also alle 30 objekte wieder und ich glaube wir müssen genau wir müssen losgehen auf geht's und jetzt sind wir haben das königreich burgstolzmoor geschafft ich weiß nicht was die was die dinge bedeutet die note was mit ihm nicht falsch so so ich habe keinen plan was das soll wir machen es einfach mal kommt immer da unten immer da unten go go wow ein sturzflug auch im bonuslevel ist das anscheinend nein lass mich raten ich habe das level verloren oder okay ich noch mal neu machen ne ist weg oder doch nicht ne doch ist weg ich will dich besiegen arsch alter ist los alter die immer runter stoßen die müsste ich ja das kann doch nicht sein du behindertes dreckiges flügel monster alter ich reiste den hässlichen flügel erbmann du misst ratte wie sie einfach nur versuchen mich immer runter zu stoßen komm herr komm herr du bist wie du hässliche ratte gut da sind so wieder kisten nur viele boxen von mir ich weiß ganz genau komm ich ran du ranziges mistvieh wirklich komm ich der nächste stoßflug komm her du ratte zweimal gestorben an dem gleichen biest hast richtig gemein die stoßen dann immer richtig weit weg deswegen lieber von oben angreifen also immer stehen die schädelzahrechen mann 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 okay haben wir den besiegt ja aber besiegt wunderbar ich bin für eine ganze Menge Dings bekommen money ähm ja ich weiß nicht was was heißt denn das äh die Münster die die Note da und dass ich einen habe oder dass es da noch welche gibt in dem Level wobei es ist ja auch unsinnig wäre schon richtig dass welche habe na klar komm nimm dir ok naja ähm 5574 wir gehen uns mal ganz was und Dings holen ihr wisst schon was uns holen gehen jetzt hier das Ding hier dieser komischen Apfeldinger da hast du nicht gesehen keine zweiten holen Apfelkill was hat ein Gefäß für das mystische Sekret aber woher nehmen was ah es ist also ein neuer Dings ah eine neue Waffe kann ich dir wieder auswechseln hm gute Frage der hat ja auch was Angelrute und Chaoskugel und ich weiß nicht wie ersetzt sich das dann kann ich das irgendwie ändern ah mit mit eh kaum ein Relikte ändern ok das heißt wir können alle Relikte kaufen das ist kein Thema Auslustung mit J ah das ist unser ah siehst du guck mal hier Relikte ist unser Disschen das sind unsere Relikte Feuerball Stapel Schöne Feuerstöße dabei kostet 4 Mana und das kostet gar nichts an Mana dann werden wir dem auch gleich noch alles holen alles abkaufen der Angelrute komm her damit halte weh blablabla ok das ist einfach das die ganzen typischen Dinge so wow greift ihr mich an ne ne glaube nicht wäre doof eine Kugel mit unendlichem Kampfpotenzial jump wahrscheinlich gegen die Gegner was sie in ein Loch und warte was anbeißt wir nehmen uns auf jeden Fall erstmal die Route mit das ist ja cool und ausrüstungsmäßig haben wir hier eine Schaufel Klinge um diese ungewöhnliche Waffe zu meistern ist großes Können nötig robuste Platte deine Standardrüstung einfach aber solide Gesundheitskapazität Gesundheitsupgrade 2 und das ist das Mana Upgrade wahrscheinlich Notenblätter 8x46 absolut liefern 0 besuchen den Baden und bringen ihm Notenblätter und Essensmarken zum Eintauschen beim Gastronomen gibt es mehr Gesundheit wunderbar da gibt es auf jeden Fall noch geileres Zeug hier dann irgendwann na komm wir machen mal aus die Route gleich ok kostet kostet Mana werden wir gleich mal probieren irgendwo ah cool cool ja hätte man auch einmal sagen können dass man hier mit Ehe Dingenschen kann na gut ist ja egal ein Pferd Abenteuer die seltsame Kistikan Kistian verkauft Relikt ich würde mir so gerne möchte kaufen ja geh anschaffen du bist doch ein Pferd du hast doch das was alle Frauen wollen gut ähm ich würde sagen wir machen ganz kurze Pause sehen uns im nächsten paar wieder von Schabbleud und bis dahin bye bye Leute bis zum nächsten Mal du hast ja